Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu G plus BH. Hallo, ihr geilen Stoi da draußen. Diesmal nur zu weit. Es ist mega geil hier. Vor dem Netter Portal haben wir aufgehört und nun gehen wir ins Netter Portal hinein. Ja, sicher? Ich hab Schiss. Weil ich kenn das nicht und wenn man so davor steht... Zuerst meint ihr alle? Nein, oh Gott. Oh, ich wusste nicht. Oh, ich will wieder raus. Ah, ich wusste nicht. Nein, ich sterbe. Da ist Lava. Was? Ich bin direkt in Lava reingelatscht. Jetzt bin ich tot. Geh rüber und hol mein Zeug, Mann. Scheiße. Oh Gott, ich wollte doch gerade erst sagen, mach dir erstmal eine Kiste und tu deine ganzen Sachen rein, bevor du da jetzt in den Liter gehst. Moment. Die werden, die werden, die kommen, die verschwinden ja nicht. So lange die Chunks nicht geladen werden, passiert auch nichts. Hol meine Sachen, bevor sie weg sind. Dann hol ich sie ja selber und sterb nochmal. Ne, 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 ich hol sie ja schon, ich hol sie ja schon. Scheiße, Mann. Aber wenigstens läuft es mein... Läuft es dieses Mal mit mehr Frames. Ja, ich hab das umgestellt. Sehr schön. Wegen was? Bist du gestorben? Achso, diese Lava. Ja, wegen der Lava direkt hinter dem Ding. Also deine Rüstung ist fast... Okay, doch nicht. Deine Rüstung, wo ist denn dein Helm? Den hab ich im Inventar gehabt. Der... keine Ahnung, wo der ist. Der ist verschwunden anscheinend, ne? Nein! Oh Gott! Alter, was war das denn? Warum bist du eigentlich nicht ins Neter-Portal gelaufen? Äh, ja, weil ich hab immer noch Kameraperspektive drauf gehabt und hab dann mit der Kontrolle nicht so ganz hingekriegt. Man nennt das einfach, äh... Oh, Dummheit. Vorsicht. Ah, danke. Ah, du bist ein guter Kollege. Oh ja, kotzt mich voll mit allem Scheißdreck. Oh, geil! Ich muss mal kurz hier... Wie geht's nochmal? Shift und Q? Ja, das geht mit Shift und Q. Oh, und jetzt geh ich zurück und tu das in die Kiste rein, wa? Ich, ähm, erkundige mich hier mal. Da ist nieder Quarz, das ist ja gut. Wir können da nämlich sehr schnell leveln. Ja, der Helm scheint weg zu sein. Ey, fix mal das mit dem Fiepen, Alter, das nervt wirklich. Ist das so laut? Das ist wirklich laut, das kann ich voll hören. Lauter als der In-Game-Sound. Ja, irgendwas läuft hier bei mir schief. Da muss ich mal das ganze Audiozeug anpassen. Ah, du hast eine eigene Kiste. Doch, hab ich Holz. Was? Ich hab da eigene Kiste? Äh, fuck, nein, ich tipp. Ich baue mir hier den Glowstone ab, damit wir nächste Folge Glowstone-Laternen können machen. Ja, cool, können machen. Ich hab ja nicht mal ein Schwert, das Schauscheiße, ne? Ich hab dir doch eins gegeben. Ja, ein Holzschwert, äh, Steinschwert, geil, oder? Ach, ja. Ähm, in der Kiste liegt 100, mehr als 128 Eisen plus 64 Eisen oder 43 Eisen im Ofen. Jetzt rechne mal, das sind, äh, 71. Nee, ich hab keinen Bock zu rechnen, ne? Rechne selber, scheiß drauf. Äh, dann guck ich mal hier. Außerdem hier gibt's... Wenn da noch einen Iron Sword drin liegen, das nehm ich doch mit. Das glaub ich dir jetzt. Außerdem gibt's hier im Neter diese Zombie-Pigments, ja, die darfst du nicht angreifen. Die sind neutral, genauso wie Hunde, wie Wölfe, meine ich. Aha. Wenn du sie angreifst, dann greifen sie dich an. Aha. Ja, bei denen gilt das Motto, wie du mir, so ich dir. Ach, geil, die sind voll, voll easy drauf. Wo bist denn du? Ich bin jetzt hier und weiß nicht, wohin. Aber es sieht cool aus. Ich bin einfach, ich bin vom Neter-Portal nach vorne links gelaufen. Fuck, ich hätte die Fackel mitnehmen sollen, ich seh nix. Dann mach den Shader aus, für ne kurze Zeit. Nein, ich geh zurück und hol mir die Fackel. Wieso, ist das normal, dass man da so langsam läuft? Das ist Soul Stand, das ist für langsam dich. Ah, Sachen gibt's. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich Anfänger bin. Vorsichtig mit der Lava hier im Neter, ne? Die fliegt viel schneller. Als Wasser in der echten Welt hier. So, jetzt muss ich einen Glada suchen, ne? Wo ist denn der Glada? Hier geht's aber weit runter. Ich weiß es nicht. Ich muss mal in einer der Folgen schauen, wo unser altes Haus da noch war, ne? Ich dachte, das hast du schon längst erledigt. Ja, ne, das muss ich nochmal nachschauen und dann im Neter dahin gehen und dann noch ein Portal bauen und dann... Was ist denn das hier Schönes? Da hinten ist eine Fackel, da warst du denn wohl. Irgendwas krummelt hier. Ich hab... Ich brauch nen Führer hier. Oh oh. Das sind die Zombies, die wohl nicht angreifen. Die darfst du nicht angreifen. Die greifen dich auch nicht. Aber wo bist du? Wo bist du? Ich bin da. Ich geh grad Richtung einer brennenden Fackel, wo ich grad gesehen hab. Da, da bist du ja. Wo, wo, wo. Ah, hi. Oh, wie süß. Ein Zombie-Pigman-Baby. Süß. Wo bist du? Ja, hier. Gut. Das Neterquartz an den Winden und so, die kannst du benutzen, um Säulen zu bauen. Diese weißen Säulen. Marmor. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich seh dich nicht mehr. Da links. Heiter, feckes, feckscheiße. Voll dunkel hier. Ach was. In Wirklichkeit würdest du auch nicht sehen hier. Außer das Laber natürlich. Gut, dann mach ich dir Licht. Es werde Licht. Ich hab nur eine Fackel mitgebracht. Das ist schon ja auch intelligent, oder? Scheiße, man. Also, ich langsam hab ich echt das Gefühl, dass ich saudumm bin. Die Mutter. Sieht hier ja aus, als wäre... Keine Ahnung. Als hätte Gott jetzt hier... Durchfall gehabt. Okay, das ist doch ein bisschen Neterquartz. Brauchen lebe ich 30 Level. Ich möchte nämlich die Diamant-Spitzer-Kaffee zaubern. WTF? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Alter, du verlierst mich so schnell. Ja, du rennst so schnell. Nicht so schnell. Ich bin... Ich bin ein alter Mann. Ist kein D-Zug, weißt doch. Also mit 24 ein alter Mann sein, oder? Bist du inzwischen schon 25? Ich bin doch 28, du voll Hirsch. Ach so. Wie läuft, muss ich denn dir das noch sagen? Keine Ahnung. Ich hab mal gesagt, ob du 24 bist. Ich hab mal gefragt, ob du 24 bist. Dann hast du auf einmal Ja gesagt. Und daran erinnere ich mich jetzt. Ah, okay. Das war in dem Fall vor vier Jahren, wo wir uns noch nicht kannten. Genau. Genau. Da, wo ich 12 war und du 24. Alter, das wärs jetzt noch. Ja, ja. So lange kennen wir uns schon anscheinend. So lange kennen wir uns. Wir sind sehr gute Freunde. Ja, wir wissen es noch nicht mehr. Ja, genau. Äh, ich hab was abgebaut und in der Zeit bist du da durch oder weg gerannt. Geil, gell? Wieso zur Hölle geh ich immer so automatisch nah ans Mikrofon ran? Ich weiß es nicht, weil du gerne am Mikrofon rumleckst. Ich weiß es auch nicht. Naja. Ich belasse es lieber dabei. Ich gewinn mich noch dran. Oder ich mach den Popschutz einfach weiter nach vorne. Ja, das hilft sowas. Oh ja, geil. Oh, da ist nochmal nieder Quarz. Das ist gut. Das ist schon gut. Ich geh erstmal was essen. Ich geh zurück. Ich hab was dabei. Echt? Zeig mal, wo bist du? Ja. Du verlierst mich immer so schnell. Bleib mal dran. Na, ich seh dich doch. Lass mich kurz das abbauen und dann kann ich dir was geben. Ich, äh lol. Ich kann nicht mal rennen. Vorsicht. Ich bin fast tot. Ach du Pussy. Komm halt her, Mann. Oh, das war's Falsche. Gib mir die Fange zurück. Oh, nicht so viel. Ich will nur eine. Ist mir scheißegal. Hier hast du welche. Dankeschön. Oh, danke. Oh, der hat was zu essen mitgebracht. Hast du es aus meiner Kiste genommen? Ja. So. Das wär' der Licht. Schade, dass es hier keine Kohle gibt. Das wär's. Das wär' gut. Bling, plong, 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 plong. Jetzt weiß ich, warum das Ding der Kronk immer sagt, wenn er seinen Scheiß-Dreck spielt. Bling, plong, pling. Bling, plong, 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 plang. Wir kennen Kronk nämlich, ne? Deswegen sagen, deswegen erwähnen wir ihn ja. Deswegen. Genau deswegen. Weil wir ihn kennen. Mich würde es mal interessieren, ob es einen deutschen Let's Player gibt, den noch nie bei Kronk reingeschauen hat. Oder geschauen hat, vor allem. Geschaut hat. Alter, dein Deutsch ist ja heute noch schlechter als mein. Meiner Deutsch ist eh kacke. Ich kann kein Deutsch. Ich kann nur Russisch. Ich nicht. Ich kann kein Deutsch. Ich kann nix. Okay, jetzt komm mal. Komm, Vorsicht, komm zurück, Vorsicht, zum NETA-Portal. Warte, ich stell mir hier ein paar Fackeln hin, damit du den Weg in den Untergang findest. Ja, ja, ja. Vorsicht. Geil. Der Weg ist high. Das war meine letzte Fackel. Vorsicht. Entschuldigung. Oh, da ist so ein Baby-Ding. Das sind doch so schwebende Arschlochteile, gell? Geist. Ghasts. What the fuck, was ist das? Die sind voll heftig, oder? Die schießen Feuerbälle. Die kannst du da zurückschlagen. Ja, ja, ich will lieber gar nicht. Ich will weg hier. Oh, jetzt ist es wieder dunkel draußen. Äh, wo ist jetzt das? Ich hab deine Fackel. Wo gehen die hin? Hä? Hä? Achso, den scheiß Buckel hoch hier. Boah, die sind aber schon unheimlich mit ihrem scheiß Kindergeschrei. Okay. Ja. Was ist das denn sie? Das sind ziemlich unheimliche Genossen. Die etwas produzieren. Genossen Productions. Machen wir wieder Schleichwerbung. Dann werden wir dafür bezahlt, oder? Jetzt kassieren wir erstmal von Genossen Productions ein Tausender ab. Jeder von uns. 12 Monate scheine einfach nur. Bar. Natürlich. Rem macht dich darauf gefasst. Barübergabe ist natürlich auch. Äh. Und so. Auch egal. Geh mir jetzt nochmal ins Neter. Nein, ich will nicht nochmal ins Neter. Ich gehe jetzt später ins Neter, wenn ich was holen möchte. In den Kisten, in den Dungeons und Ordnung. Geh nächste Folge in die Dungeon. In die Dungeon. In die Dungeon, ja. Ähm. Oh, hier ist Kohle. Hm. Kohle. Hm. Ja, hier können wir mal eine Fackel hinmachen. Fackel, Fackel, Fackel. Da fackeln wir nicht lang, sondern bauen sie ab. Also mit in die Dungeon meine ich die Mehrzahl. Weil, ja. Ping Dungeon. Weil sie sich besser anbaut. Dann heißt es doch Indie Dungeons, oder? Mhm. Ja, keine Ahnung. Das Dungeon, die Dungeon, der Dungeon. Der, die, das Dungeon in Mehrzahl. Soll ich beides gleich an. Dungeon. Oh, ich bin so schlecht. Dungeösen. Dungeonsensen. Dungeösen. 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 Ich hab noch alles sieht von dir. Da, 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 da. Äh. Ich hatte Deo, Deo Reet. Wie heißt Deo Reet? Deo Reet. Äh. Wir müssen nicht. Ich muss hier, ich weiß weiß nicht. Ich muss hier irgendwie mal eine Treppe oder irgendwas sehen. Da kommt irgendwie. Wäääh. Wäääh. Da gibt's doch Licht, wenn man sowas macht. Wäääh. Wäääh. Das kann man eigentlich als Rabbitite machen, frage ich mich jetzt gerade. In der Sicht da, kann man nicht. Ich dachte man kann sich Schuhe draus machen. Hm. Liederschuhe. Also irgendwie ist das alles noch nicht so glücklich gestaltet hier. Ich geh kurz mal Bambus sammeln, wenn ich welches finde. Bambus. 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 Ja, ja, ja. Bambus. Bambus. Ey, zu zweit ist das total langweilig. Ja. Niemand, wo man beleidigen kann. Ja, genau. Das ist scheiße. Also, wenn ihr euch gerne von uns beleidigen lassen wollt, dann meldet euch doch bei uns. Wir haben euch gerne dabei. Unter den Kommentaren. Yeah. Aber eins muss klar sein, ihr dürft uns nicht beleidigen, weil wir können austeilen, aber nicht einstecken. Die Lache war jetzt aber auch komisch. Ey, ich glaub, das mit den Bäumen wurde immer noch nicht gefixt. Im Chroma Hills Texture Pack. Oh, eine Kuh, what the fuck, was macht denn die denn hier? Oh, eine Spinne, what the fuck, was macht die denn hier? Keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht sterben oder so. Vielleicht, äh, vielleicht betreiben sie ja Hyper Freddy. Spinne, stirb. Was ist das denn? Oh, eine Hase, was macht das denn hier? Hase, Hase. Im Wald, im Nadelwald, im Nadelwald, was machen die denn hier? What the fuck, hier ist so ein schönes Stüfelchen gezeugt und dann komm ich trotzdem nicht da hoch. Einen Hasen haben hier nichts zu tun, was? Was, Hasen? Boah, ein Pumpkin, ich hab ein Pumpkin gefunden. Und jetzt? Ja, jetzt kann man das anpflanzen. Pumpkin. Ich kann ein Pumpkin als Helm aufsetzen. Huhu. Das sieht so geil aus. Oh, oh, das sieht richtig gut aus. Außerdem, wenn du mit einem Pumpkin auf dem Enderman guckst, ja, da greift er dich nicht an. Ja, solche Sachen hab ich schon gelesen. Aber da bin ich, da ich selber mit meinem Game irgendwie nie so weit gekommen bin. Ach, egal. Weil du noch nie mit deinem Game so weit gekommen bist, bist du auch nicht so weit gekommen, weil du nicht weit gekommen bist. Ich kann nix. Und ich hab auch kein Problem damit. Alter, ich glaub ich verlaufe mich jetzt nicht. Das wärs jetzt noch, ich such hier grad immer noch Bambus. Hier haben sie an... Was kann man denn mit Nether-Rack machen? Wenn du sie anbrennst, dann brennen sie ewig. Bis du's ausmachst. Geil! Oder du kannst davon, äh, diesen... Diese Never... Erzähl nochmal. Never Bricks machen, genau. Die Never Bricks. Oh, geil! Die sehen aus wie Garage-Blöcken. Garage-Blöcken? Ja, womit du Garage... Garagen machen kannst. Garage-Blöcke von einem Mod, das schon seit vier Jahren her ist. Und das schon so lange nicht mehr geupdatet wurde. Das Garage-Mod. Die Garage-Blöcke. Der-die-das-Garage. Mein Deutsch-Fuck hat mal wieder. Äh... Fucking... Fucking... Fuck hab ich keine Ahnung. Hunde! Hunde! Vier Hunde an einem Flecke! Ein Hunde! Zwei Hunde! Drei Hunde! Vier Hunde! Fickt euch Arsche! What the fuck? Hier ist kein Bambus. Was ist denn das denn für ein Dreck? Ich versteh das nicht. Wo ist denn das Bambus? Das Bambus muss doch irgendwo sein, oder? Der-die-das-Bambus hat sich verdrückt. Die Bambus. Die Bambus, ja. Der Bambus. Die Kaktusse. Die Kakteen. Hä? 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 Ich habe 24 Slaps gehabt. Das heißt, ich habe genau ein zu wenig, oder? Alter, das ist ja ein Hundewald. Was ist denn das denn? Das sind ja nur Wölfe. Fuck! Scheiße! Arschloch! Kacke! Hä? 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 Und meine Fraps, äh, meine Fraps, meine Frames, genau da runter. Übersteuern tue ich auch. Alles ist scheiße. Und jetzt fliegt das Ding auch noch weg. Ich krieg die Krise hier. Als du Fraps gesagt hast, das hat mich irgendwie an etwas erinnert, an die alten Zeiten. Nostalgische Gründe. Als ich noch ein ganz kleines Kind war und immer zu Frames Fraps gesagt habe. Oh ja. Tolle Wurscht. Hey, Alter, ich habe ja nur 50 Fraps, das ist das denn für ein Scheiß. Ich hatte da so ein 10 Jahre, ich habe da noch einen 8 Jahre alten Laptop. Damit habe ich vor 4 Jahren früher Minecraft gezockt. Da ging Minecraft noch voll ab. War auch richtig geil. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt ist es total langweilig. Hier, geil! Da war alles geil. So, warte mal. Ich habe nur einen Steak. Das ist scheiße. Ey, ich will nicht mehr zurück. Äh. Juhu. Geil! Alter, hör auf damit, ey. Warum? Du übersteuerst zu sehr. Macht dich das geil? Fuck. Das machen meine Ohren geil. Die verrecken deswegen, weil sie so geil sind. Ich bin zu blöd zum... Alter, ich finde hier überhaupt nichts mehr. Was ist das denn? Ich finde überhaupt nichts mehr. Der Vorsicht ist so dumm. Der kann doch gar nichts. Die Folge neigt sich dem Ende zu, Leute. Die Folge, der Folge neigt sich dem Ende zu. Der Vorsicht, der kann gar nichts. Der ist so dumm. Bevor der Vorsicht wieder so geistig behindert wird, hören wir lieber auf. Der Vorsicht ist doch voll bescheiert. Sonst kommt die Polizei noch, Alter. Sonst kommt die Polizei noch, Alter. Sonst kommt die Polizei noch, Alter. Voll bescheiert. Uh, Bambus. Äh. Ich brauche ein Holz. Ich brauche ein Slap. Ich brauche ein verdammtes Scheiß-Kack-Slap. Bitches. Slap. 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 Ich brauche ein Slap. Er braucht ein Slap. Das war jetzt so fertig. Vorher kann ich hier nicht ruhen. Ich weiß. Und dann müssen wir Science machen. Schilde. Namen Schilder. Im 600-Meter-Radius ne, finde ich nur ein Babus-Stängel. Ein Babas-Stängel. Ein Babas-Stängel. Gib mal ein Babas-Stängel. Babas-Stängel. Äh. Haben wir da noch. Kennst du die Glimm-Stängel? Kennst du die Glimm-Stängel? Ja. Ja. Ich hasse es. Also, außerdem, was ich richtig geil finde, dass die Raucher, dass es immer weniger Raucher gibt. Ja. Weniger kommen. Ist auch gut. Immer weniger. Das ist sehr gut. Weil nämlich die Raucher nicht nur... Also, es wurde jetzt rausgefunden, dass nämlich der Rauch einer Zigarette nach 10 Stunden, nachdem sie ausgemacht wurde, immer noch schädlich ist. Und vor allem ist der Rauch, nachdem sie ausgemacht wurde, schädlicher, wie der Rauch, wenn sie an ist. Genau. Deswegen. Und natürlich. Für Zigaretten und so wurden die Steuern erhöht, weswegen ein paar Leute kein Geld mehr haben. Also, die sind pleite geworden, sind arm und leben jetzt auf der Straße und betteln um Geld für ein paar Zigaretten oder Alkohol. Wie natürlich immer. Und ich verstehe nicht, warum es immer noch ein paar Leute in Städten hier in Bayern gibt, die um Geld betteln, obwohl es hier, ähm, ja, Arbeitslosengeld gibt. Verstehe ich nicht. Entweder haben sie irgendwas gegen Arbeit oder so. Das sind irgendwie Nazis. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Also nichts gegen Nazis. Da merken wir, dass du keine Ahnung hast vom deutschen Sozialsystem. Das ist der größte Scheiße. Ich kenne zum Beispiel einen Kumpel von mir, den hat es auch gewichst. Der musste aufgrund von Krankheiten die Umschulung machen, hat die vom Arbeitsamt sich zahlen lassen. Und, ähm, hat da auch im Bereich Musik was gemacht zum Tonmeister. Das Problem war nur, Tonmeister, äh, ist extrem schwierig. Das ist schon ziemlich der schwierigste Studiengang, wo es in Deutschland bezüglich im Musikbereich gibt. Er hat es nicht gepackt. Und dann haben die vom Arbeitsamt 7 so den Terror gemacht. Und der Witz ist, Hartz IV ist ja so berechnet, dass das dir dein Existenzminimum zusichert, ja. Das heißt, wenn du Hartz IV hast, hast du dein Existenzminimum erreicht. Wenn du aber gewisse Auflagen des Arbeitsamtes nicht erfüllen kannst, dann kann dir dieses Existenzminimum gekürzt werden oder komplett gestrichen, ja. Das musst du dir mal vorstellen. Das heißt, Leute werden dazu gebracht, unter ihrem Existenzminimum zu leben, was ja eigentlich laut Grundrecht dir zusteht. Das ist gesetzeswidrig. Deswegen gibt es da auch entsprechende Klagen dagegen, aber bisher leider noch erfolglos. Absoluter Hammer. Okay, danke für diese Meinung. Genau, das ist Aufklärung. Das heißt, äh, erfahren reicht Experience. Richtig. Und das Problem ist, dass man sehr schnell Sanktionen kriegt, auch wenn man versucht, alles super toll zu machen, ja. Bloß, weil irgendjemand anders, von dem du noch ein Scheiß-Famular brauchst, äh, ein Arschloch ist oder so. Ey, komm mal her, wir machen jetzt zu Ende. Was ich noch sagen wollte, dass ich vorhin Nazi gesagt habe, tut mir leid dafür. Das wollte ich nicht. Ja, finde ich gut, dass du dich entschuldigst. Jetzt kommst du zu mir und dann machen wir Ende. Ja, ich muss kurz ganz unten hier am See. Nein. Bambus einpflanzen. Nein. Komm mal hier an, dann sehe ich es. Hier sieht es total schön aus. Oh, von hier oben sieht das Wasser cool aus. Okay, dann komm ich zu dir runter. Ja. Hier sieht es richtig gut aus. Genau, tut mir leid, dass mir gerade der Moral am Postel durchgegangen bist, aber, äh, ich will immer gerne Leute über sowas aufklären, weil einfach, äh, ja, da viel Unwissenheit da ist. Und ich finde es einfach extrem kacke, was in Deutschland, äh, mit so Leuten getrieben wird. Ich denke, es gibt bestimmt welche, die sich komplett über, gegenüber alles weigern, äh, kann man auch schon mal Sanktionen oder so betätigen, aber trotzdem finde ich das einfach der Hammer, dass man den Leuten das, was ihnen rechts mäßig zusteht, das, äh, Grund, äh, Lebenszeug, äh, einfach streicht. Das geht nicht. So, und meine Freaks sind jetzt auf 10. Mal, mal, ja. Das liegt doch anscheinend an. Ja, bei mir ist es immer noch für ein Instant. Okay. Ganz 60 FPS. So, ähm, man merkt, dass du älter bist als ich, ja, und für diese geile Moral oder so, weiß ich, weiß ich nicht, wo du jetzt gerade gelagert hast. Oh, ja. Ich hab Zeit mit Hartz IV und so und Leuten, die ihre Existenz aufs Minimum gesetzt werden und das schlimm ist, weil ihnen so viel Geld gegeben wird, dass sie leben können, dass sie nur existieren können. So, vielen Dank, Vorsicht, dass du dabei warst hier bei Gplusph. Das war nämlich die letzte Folge Gplusph für diesen, für diese Woche. Ja, stellt euch vor, voll krass. Ja, nie wieder gibt es eine Gplusph-Folge in dieser Woche. Nie wieder. Nur diese eine. Nur diese eine. Ja. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind wieder die verdammten Überlänge raus. Ja, wahrscheinlich, ich, ich, ich regel das jetzt so, dass wir direkt auf 23 Minuten kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib schön föhlich und viel Spaß beim Zocken. Ciao. Ciao. Jetzt warte ich noch drei Sekunden und dann ist alles weg. Warte, drei, zwei, eins und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.